da links was das der olle geist bin ich so gehen wir dann diesmal weiter in die wüste wie ist das denn spielt man das jetzt also werden wir jetzt durch wir haben jetzt erst mal ohne rennen aber gleich okay und spezialschlag gibt es trotzdem noch hey mr moore ich nutze es meistens abends also mittagessen mache ich noch aber abends egal das trotzdem du musst es mir wirklich testen wenn du wenn du da irgendjemand dran vorbeikommt das gibt es ja auch im laden wenn es jetzt nicht bestellen willst ja da sind schon ein paar lecker sind wir noch mal könnte noch mal kurz das tutorial mir erklären und dann noch mal ich darf anfangen oder beschlangen parallel das ist ohne das laufende das ist erst mal ohne laufen lockerer opener open nicht im sand nicht im sand ja ja gar nicht nur zu schärbi die dinger da solltet ihr wirklich übrigens nicht alle schießen warum nicht ein paar zeit von ab ich wollte den backspin machen und wäre der sogar okay gewesen auf dem grün aber sonst warum grün jetzt schon partner keine distanz bin ich raus rollen du doof da du schon drin ne aber jetzt scheiße das ging viel zu schön auch okay alles gut ja alles super ich hatte mein bild gespiegelt und musste das noch ändern also der browser steht aber auch wenn wir ganzen bildschirm ein auf dem grün ist nach offiziellen regelwerk nur der putter erlaubt wer hat sich denn die regel ausgedacht du willst ja nicht in rasen kaputt man das grün wieso ich treffe so gut da meinigst bei kaputt ich bin profi golfen ist der sport für alte leute jetzt kommt mir verstellt sie kann kann ich irgendwie drauf sich mal angucken das ist zu weit aber ich habe ein backspin noch drin scheiße komplett verkackt in einem bunker nein 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 zurück zurück ich habe jetzt backspin gemacht let go okay ja wenigstens noch gerettet würde dann scheint ja schade ich meine wow halloi das ist ja wirklich ein spiel für alle männer von da draußen machst du in 1 ja aus ja das war der plan das war absicht war das war von anfang an so geplant exakt was ich tue bestimmt passiert denn was das denn was aber gefährlich ich wollte schon wieder ein backspin wie geht das denn im backspin mit dem zieler ledo schlägt ja also du startest den balken rechts mit aber du stoppt und dann mit b wusstet ihr dass die blätter nicht so gut sind zum rein nein ich bin komplett im wasser ich bin im bunker noch schlimmer was mache ich denn jetzt und ein guter weg bin räumchen ich habe noch nicht so ganz verstanden wozu der zweite ist der zweite schlag wie ich nur zum bremsen und steuern oder was denn also damit kannst du dem sonst wenn ich nichts mache dann schlägt er einfach voll gerade durch und volle kann oder was ja mit dem random faktor am ende ob nach links oder nach rechts oh gott ist das rot heißt das wohin geht das runter naja also es gibt ja zwei linien entweder geht es in der links oder rechts oder nach vorne oder nach hinten schön wie rettet das paar welches denn da nun julie oder dich und den weihnachtsmann da geht es aber weit nach links runter wenn ihr da mal sehen wo der ball landen soll wenn es da schon steht par 5 dann wissen wir es ist eine weite strecke war das stimmt wohl ich dachte mir mehr steigen scheiße da habe ich soweit komme das muss jetzt perfekt werden ist es nicht es ist nicht bitte mit ein bisschen rückenwind im rücken scheiße im bunker na gut das war nicht so optimal julie du bist ja auch hier vorne ich habe na links ja 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 die wer hat gipi sich ein bisschen beeilt was war denn das meine ulti ja was macht die denn ich werde dich wegschubsen und die fahne ist jetzt nicht mehr ich war so knapp im ziel hört sich verarschen oder so gipi wird zurückschlagen was soll ich denn machen was habe ich jetzt falsch gemacht hallo ich habe ich meine kamera ist jetzt erst sozusagen bei euch was meinst du du hast doch gesagt hätte gipi er hättest du schneller gemacht julie und balui hatten relativ früh schon aufs grün geschlagen aber ich habe nicht die ganze zeit da noch warten sich da war das meine ulti ab ne ich habe halt erst angefangen zu schlagen als du auch geschlagen hast damit ich alle drei kriegen kann man ich hatte sechs schläge und man kann man denn diese blöde ulti machen die ganze zeit also solange der balken oben der blaue voll ist aber du musst du musst gucken was deine ulti also ist sie zum beispiel auf dem green gut also schubs die bälle weg oder was sehe ich das bei der charakter aus ja ja welche taste muss man mal drücken dafür ich glaube es war ich muss alles die linke das müsste da auch stehen irgendwo mal gucken wo jetzt hier ankommen passieren da jetzt für blödsinn der schade ich was habe ich jetzt gemacht ich glaube die also das ist ein golfball ah nee der hat jetzt ein curved ja verflucht jetzt ja ja schön ein bisschen stärker dann wir mein ganzes spiel versaut hat gerade mit der ein aktion ja warte mal abend ist mario karte bist du da gut bei meint mario karte mich der beste wem soll jetzt glauben fast immer so zwölf da kann ich ja mal mitspielen ja klar komme ich gerne bis herzlich will eingeladen immer er kommt nicht an der kommt nicht an ohne beck bin wir der gut gewesen und nein da lohrt uns weg ich war das julie kam man nur so ein hater sein wirklich ich habe nicht mal was gesagt ja genau wer war das gibt es auch nicht besser du hater hey das kann ein guter schlag aber auch fahne hat doch geübt wie hast du noch mal gespielt nein nur mit euch dann glaube ich nicht ich sage das sind die donuts damit habe ich power hier wartet auf den final strike uns alle zu vernichten das ist nicht gut das ding da ist ein bisschen das weg wovon ist der die präzision abhängig was zum beispiel also am ende doch mal schlag mehr nach links oder mehr nach rechts wenn ich nicht das denn das günter ist ja süß kann ich da drum herum gehen ja natürlich schon ich bin ganz raus glaube ich ja muss ich ja noch mal einen ausfall schlag machen was ich bin ein meter zum grün weg okay das mehr mehr schräg lager als ich gedacht hätte leider war nicht so gut dann wird auch fünf schläge wenn einmal gegen den stein klotz beschlagen und ich habe außen rum geschlagen und ich habe nicht gehört immer nur über die glaube ich aber so nicht geübt also ich dass zweimal zweimal wo die rausgegeben ich hatte euch ja aber ich bin jetzt auch mit bei louis das heißt dass das auch positiv dass du mit mir spielst du ja klar doch ja das war gut sondern das werde ich ja ich weiß dass ich wundervoll bin dankeschön ein ball noch mal auch nein kommen schon das war es gewesen oder wie weit weg bin wie soll ich denn da drüber kommen das schöne ist die fahne jetzt auch nicht mehr auf der auf der höhe wie weit geschlagen du hast die explosion und du hast den dings oder was in der nebel ja ja das war ganz im loch nicht aus jetzt recht von da luft hat er wusste genau in welchem moment das machen muss aber wer kommt davon da kann man aber ganz bei denen dann geroll wer ist das war nicht nein nein ich dachte dass es noch okay halt ich auch hätte schon hinterherzinfarkt guckt euch mal die stets an wer hat die ulti gesetzt und wer nicht ihr habt auch schon eine ulti gesetzt und gibt ihn noch nicht aber es macht keinen sinn die aufzuheben weil jetzt ja ich weiß aber immer wenn ich schlagen könnte es einfach netter ja ich habe mir überlegt ich mache das nicht aber ich habe nur einen erwischt leider was jetzt passiert bei mir ist ja noch sehen zu stehen ja hier liegen wir hier liegen dann halt stopp halt stopp okay raff ist okay raff ist raff ist eigentlich nicht besser als alles andere die macht blödsinn sagt das spiel die macht scheiße aber da nur wartet extra siehst du das ist julie die gewollt hat hier meinst du aber ich hab verkackt ich auch macht es leicht wo ist denn hier sieht man irgendwo ach da oben ist wind jetzt sehe ich das erst ich dachte nicht dass wir hier worms spielen hier beim golf bin ja habe ich jetzt auch gemerkt da hatte wind wenn eine naturgewalt die so mini bälle nicht beeinflusst nein ich hab verkackt das spiel spaß ich finde mal wirklich sehr gut aber ist gut umgesetzt bis alle bisher ich bin im ödland alle bisher hat auch also weiß schon was ein premium schlag als stopp stopp nicht im raff ach komm schon so julie sollte noch eine neue technik verraten ja bitte du kannst neben dem back bin auch einen double back spin machen da musst du beim stoppen zweimal b drücken noch mehr rückwärts wenn du halt wirklich also das eine ist halt gar nicht aufhören zu rollen das andere ist ein bisschen aus oder seines viel aufhören zu rollen warum ist das mit b und nicht mit a ich dachte man macht alles steht bei der richtigung ja genau aber bs für backspin alles normales bestätigen kann es jetzt zum wenn ich jetzt schlage ja du wachst mit a go und stoppt aber ich will nicht noch mal den ganzen text deswegen kurz sollte man den zweiten balken nicht eigentlich auf dem ersten balken stoppen das geht ja nicht kannst also das ist der zweite balken der zweite balken in dem spiel ist nur dafür da um die richtung des balles zu ändern oder den backspin eigentlich nur um die richtung aber das habe ich mit dem b an der stelle halt nicht verstanden aber okay aber hast du es jetzt verstanden also ich verstehe nicht warum ich b beim b beim zweiten balken beim ersten bestätigt den ersten balken mit a aber du stoppt den ersten balken mit b und dadurch ist ein backspin ja und wenn du den ersten balken mit zweimal b stopps also zack zack dann warst du ein super backspin okay das tess ich gleich mal das wollen wir mal testen aber man kann das einfach nur nicht so richtig einschätzen finde ich die dreidimensionale distanz schwierig wie sehr schwierig zu erkennen ich mag alles über x ich weiß nicht wie ihr das macht ja aber die höhe also wasser hoch ist und wie das finde ich da war es schwierig kommt euch in das gerade besandt no it's bunker time kommen die raus weil vielleicht schon volle möhre nein es ist abgrund time so dem schlag hatte ich mir jetzt besser vorgestellt ehrlich gesagt war nicht not working as intended an der stelle wie schagen man jetzt war kacke ich meinen ganzen fortschritt der sad story wo alle das gibt ja noch mal ordentlich mega gigabix bin gemacht er ist er komplett nach hinten gegangen ja auch kann ich zurücksetzen nein aber dann versuch nicht direkt dahin zu schlagen wo sie also wo du hin sollst sondern versuch auf die bahn zurück zu kommen links zum beispiel kannst du hin schlagen und dann hast du den schläger an also wenn du jetzt sw oder so also denn die weiteren schläger die unten sind muss natürlich gucken wie die distanz ist die schlagen höher steuer kreuz nach oben oder unten glaube ich bin ja schon denn deswegen steuer fallen nach oben aber da stimmte die distanz nicht gerade wird so eine strong runde ja alles für die katz ja auch immerhin kommen jetzt mit einmal rein one hit wonder judy ja brennt er so ist ein super backspin und das glaube ich war normaler wegspin der super wegspin hast bei mir eben gesehen wenn er wirklich schon zurück fährt er zieht einfach die steuer kreuz nach hinten für ein backspin oder so das ist nur die ich verstehe es alles gut ich weiß was ich gemacht habe ich habe einfach tiefe schläge immer ausgeführt indem ich nach hinten gezogen habe dann schlägst du eher hoch hoch schlag ich dann ich dachte tief tief schlägst du den ball oben drücken ärgerlich wieder was gelernt zwei auf vier das ist bitter ja aber jetzt zum beispiel siehst du ja gar nicht so richtig wo dahinten jetzt die dinger sind oder nicht scheiße ich wollte eine andere tasse drücken damit er 1 kannst du so ein bisschen ins fernglas gucken und zweimal eher 1 lässt sich dann noch gucken wo du hinschlägt okay dann sieht man das gelände wie das so drauf ist obwohl ist es wirklich in dem spiel so dass ein pfeil nach oben müssten eigentlichen ein verschlag aber ich bin mir da nicht sicher blöde wand aber warum soll das eigentlich quatsch eine anzeige jetzt zumindest habe ich nicht gesehen aber ja oben das ding da drauf naja das zahlt jetzt richtig weh hallo du hast recht so frei nach unten ziehen ist ein tiefer schlag nach oben sind es nur schlafen also genau also aber wenig ganz einfach stand das fall nach unten ziehen damit schlägst du tief also flacher flach wenn du die das ding nach unten ziehst neben beim zweiten balken kannst du ja aussuchen links drei rechts ob die tief oder hoch oder runter ja da habe ich halt einfach wenn wir immer nach unten gezogen weil ich gesagt habe das ist der back draw wenn ich den nach unten ziehe dass er dann den aber das ist nach oben wenn er noch hinsicht oder was ja ex bin selber machst du nur mit b ja ja okay das habe ich jetzt auch geschnallt okay da kriegt der wind und schräge richtig rein im wind ist strong hier ich habe es noch versucht und jetzt bin ich außerhalb nicht noch immer im green hier geht es aber hart bergab du specialist aber echt mies ja vor allem weil der impact hat und unsichtbar macht also und die dinge ein müde zu kurz aber fährt er nicht mehr viel bei mir das ist aber eine strengung werden 20 meter den gewesen gut gut ich habe da alles und ihn nicht abgekriegt ich habe mich versteckt war war unprofessionelles verstecken die macht man in 1 alle profis jetzt einen neuen neuen trick warum gehst du nicht runter warum gehst du so weit hallo wohin ich habe mir immer noch unser ob ein nach unten tief oder hoch schlagen ist also eigentlich müsste fein nach unten hoch schlagen sein aber es hat getestet da war es auf jeden fall ich habe mich nicht getroffen doch hat es was war das oh ja wie uneben ist hier einfach ist so tief heißt flach oder pfeil nach oben heißt ein fall nach unten tief ist finde ich ergibt das aber nicht so viel sinn ist aber nicht schlimm wenn es ist dass man sich daran gewöhnt heißt für mich eigentlich den ball weiter unten treffen und damit will der ball ja höher fliegt in der höhenunterschied hat es auch ja genau deswegen haben wir soweit geschlagen es ist ein fehler was ich gemacht noch in naun ja das ist ein massiver fehler da komme ich nicht hoch achte da wo ich folge deinem beispiel ja ich weiß aber wenn ganz risky werden bei louis sie ist gerade da wie wissen mit welchen schläger sw hat geklappt war ich habe es wie auch ausgewählt und ich wurde sind da ist ärgert mich so sehr zwar so knapp jetzt fresse ich gleich mein controller ohne witz alter 13 zentimeter da traurig aber so richtig traurig ist das zum heulen bei rechts links geht der ball ja auch nach rechts oder links ja deswegen würde er wenn ich ihn nach unten schlage ja auch nach oben gehen das ist halt glaube ich nur eine auslegung also wenn ich ja nach unten heißt er fliegt nicht so weit weil er höher nach oben heißt er er fliegt weiter weil er weiter ist ja gerade aus das hat vollpower gemacht da ja meine vollpower ist ja bei weitem nicht so weit wie deine das könnte ganz ganz böse ich bin auch raus das ist penalty area muss ich sogar noch ein ausfallschlag machen ich dachte ihr seid besser also ich hatte ja auch eben penalty area wie soll julie dann eben von unten schlagen müssen weil da keine penalty area war ja aber das ist ja traurig dann man heißt denn penalty area könnte das machen oder also ein schwarzes loch abgrund also den putter kann ich überhaupt nicht einschätzen von der stärke die man dafür braucht überhaupt nicht aber wenn man rechts schlagen würde würde er doch nach links liegen weiter nach vorne geht weil es ist ja vorne und nicht nur wenn da hinten gehe denke ich dass der ball weiter dahinten geht also weiter nach oben aber ist ja egal wir haben gegenwind und so ganz miesen links also wenn ich zurück wie beim flugzeug ja wenn ich zurückziehe fliege ich nach oben wenn er links fliegt wie in der link du willst diese blöde invertierte steuerung oder mehr ich will dass das ist für mich mehr sinn ergibt aber es ist ja egal also ich habe ich weiß es ja jetzt das reicht ja schon Was wir wollen sie Weil sie ist gut Und warum warum auch warum er frisst ich einfach Wenn außerhalb oder Und es fehlt als schlag wenn man betopfen wird Ja, Lu macht schon wieder mit seiner blöden explosion Mal gucken was das hier wird Wie kann das du wohl nicht einschätzen dieses putti Was ist das denn? Kannst du nicht links gegen den schießen dass der gegenbouncet? Ich glaube der frisst sich direkt Ich glaube wenn du den berührst Ich glaube wenn du den berührst Kannst du nicht links gegen den schießen und der ditscht drüber? Ich glaube wenn du den berührst der ball direkt weg Okay Erstmal gefressen Dann musst du nach links mal hinter dich setzen Nee oder gerade nach rechts Wieso da links ist doch ein Stück Ist doch ein Stück Wiese Sieht man doch schon von hier aus oder nicht? Kommst du da hin? Da hinten links? Du musst ja genau dran vorbeikommen Aber sie darf nicht berühren So schlägt sie glaube ich voll in die Wurst Oh Oh Sehr gut Ein sehr guter Schlag War ja schon Profimäßig Julie Ja Bei 10 bin ich dann auch mal drin Boah der ist gut oder? Ah Doch Ah Ja ohne Becks bin wir in der Fall Ja Sehr gut gewesen Mhm Ich hatte eben auch einen Crate Oh nein oh nein Das schmerzt immer Vor allem wenn man eh schon Ja Drei Schläge habe ich gehabt bei dem hier Drei Scheiße ey Ich hoffe ich kriege den Schlag eben als Clip Der war echt strong Der GZ Danu Gigi Ja Du war stark dabei ey Mit Abstand Stark nachgelassen Ja was Es sind halt zwei Sachen Also eine hatte ich auf jeden Fall rausgebracht GZ Danu Ja GZ Dankeschön Ja